Oh, ich muss hier an den Apparat ran. Rückensteuerung. 50%. Und so. Folge den Weggucken zur Monorail, das hat doch entschieden wir an. Was ich völlig ignoriere gerade, mit falschen Richtung, oder? Welche könnte ja noch was sein, was ich gebrauchen kann? Noch nicht. Den könnte ich noch mal durchsuchen. Nichts interessantes, schade. Nichts. So. Er sagt mich, was da irgendwo hin, aber ich weiß nicht, wie ich da irgendwo hinkomme. Achso. War hier doch nicht so verkehrt. Ich muss ja über diese Brücke, die ich gerade aufgespannt hatte. Da kommen die denn diese Wehen sind. Eigentlich warte ich schon seit langem darauf, dass das Level mal zu Ende ist. Was willst du denn mitladen? Was könnte denn natürlich auch sein, dass es ein Einlevel geworden ist? Was dann immer weiter geladen wird, oder? Jetzt kommt so nur zusammen. Zündung. 52 Minuten, das ging ja eigentlich noch. 222 Todesstöße. Abgefeilte Schüsse sind fast 5000. 15 Gegenstände, Schaden pro Sekunde. Befügt der Schaden, Schaden genommen. Das kann man machen. Weiter. Was you? Lieutenant Mia. Benz und Vance. Have you located Conrad yet? That's a negative. Shall we come back? We've not found them yet. We can keep looking though. Affirmative. Leader pulled out. Conrad. Are you there? The engines. They overloaded. Can you hear me? Firing them caused an overload You don't say Any more bright ideas I've been trying to access the ghost ship mainframe There may be a solution there But I'm being blocked by a firewall I do not have access Wait, I Was more What? There is There is a way I can get deeper into the system I have located a command module On the mainframe deck I will have to come across I need you to meet me This is your bright idea There is a breach on cargo I think I can get to Meet me there I should be able to make it in Let me see 30 minutes And how do you intend to protect yourself when you get here I didn't think you could use weapons I cannot I will need you to Disconnect Today it just keeps getting better Is there anything better? No highlight after the other With your military Search a text terminal You can go to school Hum-hum-hum-hum-hum-humt Ucht U'tch Off ждet my HP immune system Zeichnus verleglich werden. Ich hab dir meinen Stadler hochgeladen. Beier dich, Konrad. Ich brauche die Wehpunkten zu Mia. Also zu Mia, nicht Mia. Und weiter. Ich muss hier rechts rum, sagt mir der so in A. Ja, da. Nicht so, ne? Ich glaube, ich nehme die Scheuderkanone hier noch mit. So, und jetzt habe ich sie jetzt in 30 Sekunden treffen und wahrscheinlich geheckt wird jetzt. Hier ist ein Laser. Egal. Anwesende Menschen entdeckt. Automatische Verteidigung aktiviert. Warum? Ich fiege mich. Okay. Okay. Was ist das? Ich dachte, das wären meine Freunde. Naja, okay. Ja, Absperrung aktiviert. Schottung eingeleitet. Okay. Ich bin kurz woanders lang. Und zwar bei der nächsten... Bummel. Achso, hier ist der Anfang, alles klar. Okay, ich muss mir die Becken. Okay, jetzt weiß ich, wie es auf einmal eine Granate geht. Und dennoch habe ich keine Ahnung, wie man jetzt hier vorbeikommt. Außer jetzt ist der Monitor dran. Jetzt ist es wieder auf. Die Kontamination. Okay. Die Skins zeigen, dass der Frachtraum mit tödlichen Gasen gefüllt ist. Sorge dafür, dass du davon fernbleibst. Dann sollte alles in Ordnung sein. Wir müssen die andere Seite des Frachtraums erreichen. Besuche einen Zugang zu finden. Meine Scanner sagen mir, dass sich in dem Bereich ein paar Computerkonsolen befinden. Die könnten sich dazu zu erweisen. Stimmt. Frachtplattformkonsole. Wohlhause nützlich, ja. Gell. Nicht direkt nützlich. Gell. 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 Ein Kleines Midipack. Das ist auf jeden Fall! Entfer했는데. Und jetzt gibt die auch Sinn, na? Sehr, sehr gut. Stillkonsole, drücken. Na gut, dann komm ich da jetzt alle. Sehr, sehr gut, ja? Finde ich. So, dann werde ich jetzt hier wohl ein paar Gegner treffen. Ich stelle mich einfach dahin, wo das Gas jetzt kommt. Oh, hier ist noch ein Lock. Oh Gott. Und scannen. Ja, die Kataminerung. Okay, hier muss ich sogar längs. Schon wieder so ein Laser. Erstmal den Leichnam durchsuchen, dann das Stommelbär mitnehmen. Und dann das Lock hier nehmen. Der Fragmentiergranate liegt da drüben. Und ich frage mich, warum jetzt hier schon wieder Laserstrahlen sind. Ingelton. Nein, ich hab mich erwischt. Zweite Mal. Ich hab lange keinen Intex-Stand mehr gesehen, wo ich was kaufen könnte. Nicht mein Ernst. Mach mal ganz was vor. Nein, ich hab mich jetzt schon kaputt gemacht. Okay. Ah, ich hab jetzt weiß, wie der Hase laufen wird. Oh. Hm. Ich verliere hier schon mal keine Energie. Muss ja kurz. Scanning. Scan complete. Ja. Bitte hier ist Gas. Fernhalten, alle in Ordnung. Also, dahin musst du... Computerkonsolen. Letztlich. Kanten, an denen ich hängen bleibe. Bewegung. Was? Was? Die Konsole... macht das da hoch. Die Konsole fährt das runter. Die Konsole fährt das runter. Die Konsole fährt das hoch. Mit weg. Aliens! Hier sind wir da. Tack, tack, tack. Kack, 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 kack Viel lang Das Lappen einsammeln Der Tauber-Scanate, Freude-Kanone, Geld Überall hängenbleiben, raus hier, kein Gas, danke Kack, 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 kack Ich durchsuche den hier Ah, das ist zum Speichern Da kam ich gerade her Da kann ich speichern, hier bin ich gestorben eben Aber ich kann ja schon mal hier, den hier Wo ist der rum? Immer so loswerden Noch einer, den ich hier kenne? Gut. Könnte ich den nochmal triggern? Aber es hilft nichts. Ich muss jetzt erstmal zum Speicher pumpen, bevor hier irgendwas anderes noch passiert. Woanders war. Ein Schienenbandbrücker braucht Energie, ja? Ich gehe doch nochmal entspannt durch. Was ich noch mitzunehmen habe. Vielleicht noch durch die Zukunft der Sturmgewehr mitnehmen, und das lautet. Wenn ich frag mal, Tiergranate kann ich auch nochmal mitnehmen. Okay, dann darf ich ja die Brücke, wenn ich noch nicht bin. Warum hast du geleuchtet? So, ich wollte jetzt hier dringend zum Terminal. Und das mal speichern. Jep, hat nichts mehr vorrätig, ich weiß. Aber mit dieser Fehlermeldung, ey. Gegenstände, großes Midi-Pack, kleines Midi-Pack. Das war auch mein Geld. Fortschritt speichern.